Guten Abend, guten Abend, ich bin hier verabredet mit Herrn Weber von Gisander, also die Reservierung, glaube ich, müsste über Gisander gelaufen sein, also laut, schriftstechnisch könnte man auch denken, Zander, also, Herr Weber ist noch nicht da. Ich darf das zu Herrn Tisch führen? Oh mein Gott, das ist mein Chef, ich rufe an einem Tisch. Das ist unumgänglich, Herr Weber sitzt immer da. Nein, aber bitte, bitte, mein Chef, darf ich... Sarah? Hi! Sie hier? Ja, ich hab ja ein Date! Das ist der... Zwei von dreieinhalb Tausendern. Tut mir echt leid. Nein, ich meine, am 12. September, einen Tag danach. Bei einem Verkehrsunfall. Einmal diesem Wichser bin Laden gegenüberstehen. Der Fahrer war betrunken. Der soll mir die Scheiße mal erklären. War nur bedingt schuldfähig. Aber vielleicht sollte jeder Einzelne einfach da rüber gehen und zwei von den Mistkerlen in ihren Lehmhütten erschießen. Das war's. Ob du es glaubst oder nicht, auch meine biologische Uhr tickt. Ich will ein Kind. Das ist doch toll, oder? Tom. Was? Tom muss es machen. Spielst du? Eure Kinder sind süß, intelligent, gesund. Das wird er doch auch mit mir hinkriegen. Das wird er doch auch mit mir hinkriegen.